So, du hast die Planeten zerstört, schnappst jetzt mal die Planeten da unten, du hilfst damit aus, du gehst darauf, gründe Kolonie, wir haben, du findest die Überreste einer unbekannten fremden Verteidigungsanlage, ihre Flotten kämpfen mit 15% Effektivität bei diesem Planeten. Du findest und ihre Flotten, äh, na gut, ihre Flotten kämpfen mit 15% Effektivität bei diesem Planeten und Bomben fügen den halben Schaden zu. Oh, okay. Wir hätten gerne... Wir könnten hier mal Versorgungslager bauen, erhöht das Blickfeld des Planeten um 2 und die Anzahl der kontrollierbaren Jäger um 100. Äh, ich glaube, das brauche ich einfach mal. Damit wir dann bis hier gucken können. Und, äh, danach dann eine Stadt und danach einfach mal ein wenig Forschung. So. Wie schaut's hier oben aus? Das Kolonieschiff ist jetzt da. Kommt in die Kolonie. Wow, da ist Rosa. Deine Leute finden diesen Ort wirklich toll. Das Bevölkerungswachstum ist nur 50% erhöht. Sehr schön. Ich find's auch immer sehr toll, mitten in der Front zu wohnen. Was haben wir denn da? 51 Jäger, 19 Jäger, 10 Jäger und das ist schon rot. Also ja, der sieht nicht so aus, wenn er bedrohend werden könnte. Aber schauen wir einfach mal. Hm, du... Mach das da mal kaputt. Sie haben schon mal nur 50% Effektivität in diesem Fall jedenfalls. Du hilfst damit aus. Die Bomber fliegen schon mal weiter Richtung dem Planeten. Hier schützt den und trefft euch mit den Bombern. So, hier unten sind die noch am Bomben. Die sind fertig und fliegen mal dahin weiter. Okay. So, du unterstützt die weiter. Du greifst die mal an. Okay. So, damit hätten wir gelb gleich erledigt. Außer sie sind noch hier unten auf diesem Planeten, was echt ärgerlich wäre. Aber das können wir ganz schnell ändern, indem wir, nachdem wir Industrie 8 haben, einfach wieder auf die Antriebe umspringen, um so weiter gucken zu können. So. Rot scheint sich mit rosa zu kabbeln. Was uns ja ziemlich in die Hände spielt. Und der Planeten da unten ist zerstört. Sehr gut. Da oben bitte hin. Und du fliegst bitte weiter zu dem. Du fliegst bitte dahin, zusammen mit dem. Die Reste können zurück. Hier fliegt man nach da oben. So. Du unterstützt den. Rest fliegt zu dem. Und du fängst an, den zu bomben. Du bombst nächste Runde den da. Und ein paar neue Jäger schicken wir einfach mal in die ungefähre Richtung von rosa und rot. Das einzig Wichtige sind eigentlich noch unsere Bomber da oben. Die schicken wir mal von unseren Wasserplaneten als kleine Zwischenstation. Und von unserem zweiten Bomberplaneten, der hier war. Der aber noch keinen einzigen Bomber produziert hat. Ja, das dauert wohl noch mit der Bevölkerung und dem anderen. Drei Bomber pro Runde. Okay. Wir dürften es aber auch so schaffen mit dem bisherigen. Wow, was geht denn da ab? Gelb und Grün prügeln sich immer noch. Obwohl es kaum noch Grün und Gelb gibt. Hm. Geplandes Wohnen ist freigeschaltet. Sehr schön. Wir haben jetzt alle Forschungsmöglichkeiten erforscht. Das heißt, wir gehen wieder auf Antrieb. So. Du greifst die mal an. Ja. 30% Effektivität. Das geht gar nicht. So. Du bombst den gelben Planeten. Dann müsste das hoffentlich auch Geschichte sein. Eine Sache weniger, um die wir uns kümmern müssen. So. Und die Bomber fliegen bitte da hin. Das ist schon eher ein Gegner. Das könnte echt haarig werden. 68, 49. 46, 32. Ja. 33, 20. Ja doch, das schaffen wir. Wir sind doppelt so. Ja. Ja. Das schaffen wir. Aber nicht schlecht. Kann man nicht anders sagen. Aber sind halt Menschen. Immer schön aggressiv. So. Du. Da hin. Oh. Okay. Da haben wir gerade unsere Jungs zu den Tod geschickt. Du. Halt dich mal ungefähr dann hier von denen auf. Und du, ihr 84. Liegt mal bitte da mit hin. So. Ihr unterstützt da. Und der Rest geht in die Richtung. Und du gehst schon mal zu dem Planeten da hinten. So. Der Planet ist weggebombt worden. Greif mal bitte. Ach, der bombt schon den rosanen. Ja. Dann bomb mal schön weiter. Wir schnappen uns so lange den Planeten hier. Das ist ja nett von dem. Okay. Das wird auch wieder schmerzhaft. Okay. So. Du bombst den. Du bombst den. Jede Menge Jäger über. Du boycottierst den. Du hast keine Bewegungspunkte mehr. Nächste Runde. Also wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt. Ich mache nur noch sehr wenig Micromanagement. Eigentlich müsste ich ja auch noch die. Oh. Das schaffen wir nicht. Hoffentlich tun wir ihm noch genug weh. Aber ja. Eigentlich müsste ich noch einen neuen Ringer aus Weltraumstationen aufbauen. Eigentlich müsste ich bei jedem Planeten. Sobald er das Maximum Bevölkerung erreicht hat. Neues Kolonieschiff bauen und so weiter und so weiter. Aber das spare ich mir einfach. Weil wir auch so das schon schaffen werden. So. Antriebsstufe 6. Sehr gut. Wir können also jetzt weiter gucken. Aber nicht zu dem doofen eigenen Planeten da. War da gerade eine Nachricht, dass gelb vernichtet wurde? Ne. Ich glaube nicht. Also hocken die echt da unten rum. Gut. Du bombst den grünen Planeten weg. Du lungerst vor dem Planeten da unten. Zusammen mit dem da. Und ihr macht euch mal auf den Weg zu dieser großen Flotte da. So. Da bräuchten wir ein wenig Verstärkung. Ihr bitte alle mal was runterschicken. Euch auch. So. Euch auch noch. So. Das muss auf jeden Fall reichen. Alles runtergeschickt. Sehr gut. Wie schaut es sich hier? Aus. Du hast deinen Planeten weggebombt. Dann geh doch mal bitte da hin. Du unterstützt diesen einen Jäger. Du auch. Haben wir da einen 100er Trupp. Sehr gut. Und der hier geht mit da drauf. So. Du hilfst damit. Du gehst da auch noch hin. Und du gehst da hin. Forschung ist immer noch auf Antrieb. Nächste Runde. Hm. No. 60 gegen 80. Mit 20% mehr. Sieht trotzdem nicht gut aus für sie. Nö. Aber gut Schaden bei uns eingefahren. So. So leicht kriegt sie den Planeten nicht wieder. Und wir haben ihn zerstört. Sehr schön. Du greif bitte mal die Flotte an. Nachdem sie vor uns den Planeten zerstört haben. Und die Roten waren eigentlich, wenn ich mich richtig an den Spielstart erinnere, waren die Roten das einzige Kriegerfolg. Mal gucken, was uns da erwartet. Die werden wahrscheinlich hier irgendwo lungern. Du hilfst da aus. Der Rest geht schon mal an die Seite. Du gehst da hin. Und wir bräuchten hier in der Nähe neuen Planeten, um das hier alles aufzudecken. Also. Hier haben wir zu wenig Kolonisten. Schicken wir wieder von da aus einen los. Und fliegen bitte zu dem da hin. Den Planeten sollte man auch gleich beschützen. So. Wie schaut's hier unten aus? 69 Flieger. Da. Was machen wir da? Da schicken wir euch da hin. Euch da hin. Klopfen den erstmal ein wenig mit denen hier weich. Und greifen da noch mit der Hauptflotte an. So. Sehr schön. Jetzt haben wir gleich wieder den Überzahlbonus. Und verlieren wie viele Schiffe? Wir hatten 100. 24 Schiffe. Oh, das ist vertretbar. So. Die Bomber machen jetzt hier auf dem Planeten weiter. Der Rest fliegt noch. Runde beenden. Ich hätte gerne, dass er automatisch zu den Einheiten gespringt, die sich gerade bewegen. Ich weiß jetzt nämlich sonst nicht, was überall passiert. Aber ja. 83 neue Flieger. Hier bleibt diese Runde erstmal da. Du verbindest dich mit dem. Wartest aber erstmal ab. Du verbindest dich mit dem. Und dann mit dem. Dahin. Und ihr fliegt schon mal da runter, um daher zu bomben. So. Ihr seid einfach nur über. Antrieb wird hier gleich erhöht. Das heißt, wir können auch die letzten Planeten da unten angucken. Wie schaut es hier oben aus? Ja. Alles kaputt. Müssen wir nur noch warten, bis das Kolonieschiff da hinten eintrifft. Und dann werden wir wahrscheinlich hier auch noch irgendwann eine Kolonie brauchen. Also greift man mit dem mal den Planeten da an. Runde beenden. Grün greift uns an. Wird es aber nicht schaffen. 46, 67. 22, 51. Auf keinen Fall. Aber es war ein beherzter Angriff. Hat uns gut was abgezogen. Ah, wieder 42 neue Jäger. Oh, der hat ja doch noch ein paar mehr Planeten. Und da ist Orange. Orange greift Grün auch gerade an. Wenn dem nicht so gewesen wäre, wäre Grün bestimmt ein guter Gegner gewesen. Aber na gut. Wir sehen jetzt endlich den Planeten da unten. Der wird sofort weggebombt. Und der Rest greift Grün an. So. Die 40 Stück greifen da unten an. Werden von den Jägern hier unterstützt. Von den Jägern da unterstützt. Und dieser 100er Trupp Sandbommern geht mal da hin. So. So. Kolonieschiff ist hier angekommen. Aber das ist uns zu weit weg. Wir wollen lieber da hin. Und du greif mal den Trupp da an. Das waren eh nur Kolonieschiffe und Bomber, glaube ich. Ja. Sehr schön. Runde werden. Oh. Da zerstört uns jemand. Ah. Ärgerlich. Ich glaube, das war der Trupp mit den Bombern. Das war jetzt nicht so nett. Emerald getötet. Und Emerald, also Grün, war Gelb. Und Blue Death ist Rot. Okay. Also. Ein Gegner weniger. Du ziehst weiter dahin. Du machst dich schon mal kaputt. Piu, 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 piu. Was passiert eigentlich, wenn man Ende drückt? Ah. Zu früh. Sollte gleich mal probieren. Vielleicht wird das Ganze dann übersprungen und nur die Zahlen werden ausgespuckt. Das wird das Ganze ein wenig beschleunigen. Das machen wir einfach mal jetzt. Äh. Machen wir einfach mal jetzt. Mach das einfach nur schneller. Was ja auch Sinn macht. Denn es soll ja eigentlich ein sehr schnelles Spiel sein. Gewonnen. Gewonnen, gewonnen, gewonnen. So. Du bombst bitte da. Damit die Schwesterflotte mal da bomben kann. Orange bombt schon mal für uns da. Grün. Der Planet ist kaputt. Dann fliegt mal da runter. Und das Kolonieschiff ist endlich angekommen. Sehr gut. Da ist rot. Maximale Völkerung plus eins. Wir hätten gern ein Versorgungslager. Eine Stadt. Und, äh, noch ein Versorgungslager. Was hat er denn Schönes? Er hat nur ein paar ganz kleine Flotten. Da ist eine etwas größere mit 44. Aber nix wirklich bedrohliches. So. Also du fliegst mal dahin. Du fliegst mal dahin. Und da kommen unsere Bomber. Sehr schön. Euch schicke ich auch mal nach oben. So. Nächste Runde. Das war's schon. Ja, stimmt. Es sind nicht mehr sehr viele Gegner übrig. Also grün haben wir hier bald zerstört. Rot auch nicht mehr lange. Dann haben wir rosa. Orange ist da. Dann haben wir alle, ne? Ja, grün. Ja, orange. Ja, rot und rosa. Rosa und rot. Jo, das sind alle Gegner. Das heißt, es gibt nicht noch irgendwo eine versteckte Supermacht, die uns aufhalten könnte. Na gut, dann wischen wir halt hier zu Ende auf. Aber, erstmal speichern wir ab. Speichern. Leerer Slot. LP 003. Und wir sehen uns gleich wieder. Geh liem. Untertitelung des ZDF, 2020